Ja, hallo, meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Oh Mann, im letzten Part ist unser aller Vater von Blackbeard erwischt worden mit dem schwarzen Dial. Und wie es jetzt weitergeht, sehen wir jetzt, denn Whitebeard ist stark. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ein Anführer ist hier erschienen. Wir sind noch mitten im Kampf, Moria, Enel und Blackbeard sind hier. Oh Mann. Ja, also er sagt es auch schon, sie kontrollieren Whitebeard. Und wir haben jetzt natürlich einen verdammt schweren Stand, ne, denn wer leitet jetzt gerade die Allianz? Und, 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 wie soll es hier weitergehen? Also ich meine unsere Allianz. Das ist natürlich unglaublich schwer, gegen wen wir uns jetzt alle zur Wehr setzen müssen. Da hätten wir Vater Whitebeard unbedingt gebraucht. Aber naja, wird's doch mal machen. Mist. Oh Gott. Whitebeard hat mit Bebenangriff begonnen. Oh Mann. Ne, das ist auch nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ach, findest du? Ja, ich geh mal besser da oben hin jetzt. Weil da gerade echt der Punk abgeht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir das hier gewinnen wollen. Ich kann nur froh sein, dass wir so hart trainiert haben. Da komm ich, komm ich da rein? Ja, gut. Da ist Whitebeard. Boah, wie soll ich das machen? Whitebeard aufhalten, das wird hart. Na, komm schon, wach auf, Alter. Oh Mann. Na gut, so hart wird's auch nicht. Wir sind viel zu overpowered, seh ich schon. Hehehehe. Na gut. Ist natürlich unser Vorteil jetzt. Ja. Komm her, alter Mann. Komm. Komm schon, wach bitte auf. Wach bitte auf jetzt. Wie im Rückzug. Nix im Rückzug. So, der Erdbeerenangriff hat aufgehört, aber wach auf. Komm schon. Komm schon. WAD DIAL Die Schmerzen der Überlegung des Schmerzen wird er nicht verletzen! Geh! 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 Zuh-No! Geh! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ha! Zehahaha! Wir sehen uns! Das ist der Schall! Blackbox! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Omeer und ich meine Kraft! Zeh! Zeh! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was geht denn jetzt? Ihr habt die Ära des dunklen Blackbeard. Oh Mann. Dieser Idiot, der hat jetzt auch noch die Frucht von Whitebeard. Die Bebenfrucht. Das wird natürlich böse enden. Das steht mal außer Frage. Also sie haben spezielle Sachen aus der richtigen Geschichte von One Piece vermischt. Teach kommt. Sie haben halt spezielle Angriffe vermischt, um dann halt jetzt hier diese Dream Story zu machen. Ist auch geil. Ist echt geil gemacht. Muss ich sagen. So, ich werde jetzt erstmal alle Kommandanten hier platt machen. Damit wir hier echt die Gebiete einnehmen. Sonst wird bald gearscht. Ist halt nun mal so. Da, es ist schon in Schwierigkeiten. Und ich glaube, wenn die fliehen, das ist nicht sehr gut. Ja, toll. Witzig. So, komm, 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 komm. Das müsste eigentlich genügen. Habe ich beide mitgenommen? Ja. So, okay. Moria kommt. Gut. Den wollte ich mir eh schon vorknüpfen. Komm mal her, Fettwanst. So. Die Gatling kannst du nicht aushalten. Niemals. Und ich glaube, wenn wir ihn besiegen, hört dieser elende Mistangriff auf. Und zwar mit seinen Zombies. Münze erhalten. Gut. Was hier? Oh Gott, da ist ja noch einer, Mann. Was geht denn hier ab? Nee, braucht der Hilfe? Nee, nee. Was geht ab? Ich sehe nichts. Ich will die Kiste da haben. Aber was soll denn dieser Mist? Ah, da ist die Kiste. Komm schon. Ja gut, haben wir. Erstmal brauche ich diesen blöden Kommandanten hier. Den muss ich weg haben. Sonst nützt es ja halt mal gar nichts. Geh kaputt, Mann. So, im Rückzug. Gott. Ja, ich weiß jetzt nicht, was jetzt klüger ist. Sollen wir die jetzt hier alle vernichten? Sollen wir die Gebiete da einnehmen? Ist auch doof. Weil, ist halt, ich weiß jetzt nicht, was passieren wird. Ene ist jetzt auch noch hier. Shit. Aber, Mann. Basis eingenommen. Okay. Da ist noch einer. Teach. Boah, wie soll ich Teach denn jetzt hier? Um die Ecke bringen? Das weiß ich nicht. Oh, es nützt was. Oh, dann weiß ich es wohl wie. Passt auf. Dann hat er eine Schwäche. Genau diese. Hahaha. Sehr, sehr geil. Oh, oh. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Wo ist der? Ey, wo ist der? Oh, nein. Wo ist der denn? Ah, was? Ah, was? Jetzt verlässt er den... Oh, Mist. Okay. Teach verlässt den ganzen Komplex hier und lässt uns mal eben hier allein. Super. Finde ich gar nicht witzig, Leute. Überhaupt nicht. Weil jetzt ist erstmal guter Rat teuer. Ich weiß jetzt nicht, wen ich zuerst angreifen soll. Da oben die oder hier? Weil... Oh, Mist, Mann. Ich weiß nicht, da. Die fliehen schon alle. Ich geh mal lieber da hoch. Verzieht euch. Shit, 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 shit. Ich kann mich noch nicht zehnteilen. Mist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich da oben hin? Am besten ist es, ne? So. Dann geh ich mal. Da, Marco steht kurz vor der Flucht, ey. Ich krieg die Krise hier. Komm her und verzieht euch. Ey, was geht hier ab? Die sind widerstandsfähiger als so läppische Marinesoldaten. Oh, Haki. Gut, dass wir das beherrschen. Nein, jetzt ist Garp auch noch in Schwierigkeiten, oder was? Verzieht euch. Jetzt muss ich da hoch. Shit. Shit, 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 shit. Jetzt ist Marco schon wieder in Schwierigkeiten. Ich krieg hier einen Ausraster. So. Gehen wir mal hier hin. Ich kann mich ja nicht um alle kümmern. Garp. Hallöchen. Oh, Gott, nee. Komm mal her, Enel. Der muss zuerst verschwinden. Der ist am stärksten bis jetzt. So, ich glaub, ich hab ihn. Ich glaub, ich hab ihn. Ich glaub, ich hab ihn. Yes, ich hab ihn. Fluchtversuch von Garp. Aber Garp ist doch bei mir. Gibt's doch gar nicht. Ah, da bist du ja. Enel, Enel. Komm mal bitte her, mein Freund. Du hältst mal schön die Klappe. Komm mal. So geht's ja nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, gib ihm doch mal Zucker, Mann. Bäm. So einfach geht's. Oh, Enel hab ich fertig. So, das ist auch gut so. Aber ich mach mir halt dann doch Gedanken um die anderen. Am besten, ich geh jetzt mal da oben hin. Weil das scheint mir grad der Punk abzugehen hier. Eieieiei. Nördliche Festung. So. Die Basis unten ist eingenommen. Und Kizaru ist hier. Na super. Schön. Ich hab ja keine anderen Probleme jetzt hier. Weißt du, Garp? Du könntest jetzt echt mal helfen. Und Kizaru von uns überzeugen. Echt? Gott sei Dank ist der hier nicht so schlimm wie in Pirate Warriors 1. Im Ernst, da hab ich ihn nämlich gehasst. Im Ernst, da hab ich ihn gehasst. Ist ja gut, Mann. Du hältst jetzt auch mal hübsch die Schnauze. Komm mal her, Kizaru. Ja, gut. Ich hab ihn sogar noch getroffen. Bams. Mann, geh doch mal kaputt. Echt. Oh nein. Guckt euch das mal an. Das ist so böse. Was hier jetzt abgeht. Ich kann nix machen. Jetzt kann ich nur auf den Dattel trifft. Sonst bin ich gearscht. Komm schon. Ja, gut. Er ist im Rückzug. Boah, war das knapp. Das war höllenknapp. Hohohoho. Geh kaputt jetzt. Und wir müssen da runter. Die sind alle im Fluchtversuch. Und wenn die fliehen, haben wir, glaube ich, verloren. Wir müssen da durch. Ah, verdammte Axt hier. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Weil da zu viele einfach sind. So. Garp. Garp, Pilein. Du bist ja schon okay. Aber du kämpfst jetzt mal für uns hier. Echt. Weil sonst überleben wir das hier alle nicht. So. Ich geh jetzt da hinten. Da ist Moria. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wo ist Moria? Hier. So. Und das wird jetzt böse. Ich weiß jetzt nicht, wen ich angreifen soll. Komm mal jetzt her, Moria. Haki. So. Einmal jetzt hier anvisieren. Nein, ich will Moria anvisiert haben. Shit, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss Moria. Echt jetzt hier plätten. Ganz schnell. Moria muss weg. Weil dann hauen die Zombies, glaube ich, ab. Gut. War bis jetzt zumindest immer so. Ja, komm schon hier. Alle Zombies, haut ab. Down. Sehr geil. Gut so, Bro. Weiter, weiter, weiter. 1.500 K.O. Sehr gut. Sehr geil. So, Anführer ist erschienen. Marco ist gerettet. Gut. Und die können wir jetzt auch noch hier alle niedermetzeln. Komm schon. Geh kaputt. Sehr gut. Alle down. Das ist natürlich guter Rat teuer. Was? Er hat die Mission abgebrochen. Warum? Warum hat er die Mission abgebrochen? Komm mal her, Truppenkommandant. Du gehst down. So viel sei schon mal gesagt. So, der geht auch im Rückzug. Ist mir jetzt alle egal. Ich muss jetzt hier alle irgendwie zum Rückzug zwingen. Weil sonst haben wir echt hier ein Problem. Josu. Komm mal her. So. Was ist unten? Was geht denn jetzt hier ab? Zombie-Kommandant Ace. So. Ace wird jetzt auch gerettet, indem ich den Kommandanten ausschalte. Ich kann jetzt nur die Kommandanten erstmal ausschalten. Weil hier wuseln einfach zu viele Gegner gerade rum, die ich nicht alle auf einmal bekämpfen kann. Ist einfach so, da. Ist gut. Komm, halt die Goschen. Mach dich jetzt platt. Wo, wo jetzt? Ich hab den doch jetzt gerade fertig gemacht, oder? Da ist noch einer. Na dann kriegt er halt den Haki ab. Ganz einfach. So. Down, 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 down. Sehr gut. Alle kaputt. Ja, es wird langsam leerer. Aber da oben füllen sich halt die, die ein. Und zwar die Piraten. Das ist natürlich auch doof. Komm, jetzt machen wir die hier platt. Haben auch die Basis eingenommen. Gehen jetzt hier runter. Ja, ist ja schon gut. Ich möchte zuerst dich hier platt machen. Gut. Down. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich muss jetzt genau aufpassen, dass ich den hier jetzt platt mache. Komm. Komm. Ja, gut. So, die sind jetzt einigermaßen platt. Das heißt, ich muss gucken, dass ich jetzt... Der ist oben, Moria, oder? Oder wo? Shit. Das kann doch nicht überall jetzt sein. Das wird eine schwierige Situation, Leute. Ich weiß jetzt nicht, welche ich zuerst machen muss. Und vor allem... Ah, Gott. Was geht denn jetzt hier bitte ab? Was ist das denn, Moria? Na, dann mache ich zuerst Moria. Ist ja wohl klar. So. Der dürfte jetzt... Einiges an Schaden kassieren. Gut. Ja, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um Moria. Das sollte jetzt gut ausgehen. Na, der ist schon mal im Rückzug. Na, na, na. Wie jetzt? Ich soll Moria finden? Das war nur sein blöder Schatten. Ich dreh am Rad. Hm. Wie machen wir das am besten? Moria finden. Ich habe keine Ahnung. Tja, wo ist der jetzt? Hier ist er auch nicht. Na gut. Ich soll feindliches Territorium einnehmen. Allerdings erst in der nächsten Episode von Let's Play. Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Das ist ein ziemlich, ich sag mal, anspruchsvolles Level hier. Weil, hm, sehr, sehr viele Fraktionen sind hier. Sehr, sehr viele Konflikte. Wie wir mit diesen Konflikten umgehen werden, sehen wir in einer neuen, spannenden Episode von Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Bis dann, euer Let's Play E-Gamer.